Thailand ist ein uraltes Land voller Geheimnisse. In letzter Zeit wurden viele kuriose Dinge dort entdeckt. Heute stellen wir die seltsamsten von ihnen vor. Von einem Baum, an dem Frauen wachsen, bis zu einem Wesen, das einer Meerjungfrau ähnelt. Ein seltenes Wahlskelett. Im November 2020 fanden Archäologen in Ruinen nahe Bangkok ein tief im Boden vergrabenes Skelett. Zunächst wussten sie nicht, was das war. Aber dann stellten sie fest, dass das 12 Meter lange Skelett zu einem 5000 Jahre alten Brüde-Wahl gehörte. Merkwürdig war, dass ja mindestens 12 Kilometer von der nächsten Küste entfernt gefunden wurde. Nach Ansicht der Wissenschaftler war dieses Gebiet zu Lebzeiten des riesigen Tieres noch Ozean. Alte Höhlenmalereien Dies ist keine Kunstausstellung, auch wenn sie so aussieht. Viele dieser Werke wurden vor Tausenden von Jahren geschaffen. Wissenschaftlern zufolge von den Menschen, die sich vor 3000 Jahren in dieser Höhle niederließen. Die Malereien zeigen menschenähnliche Figuren mit Pfeil und Bogen oder anderem Zubehör. Viele Zeichnungen wurden durch die Erosion des Kalksteins weggespült. Laut Wissenschaftlern erzählen die Zeichnungen die Geschichten der Menschen, die hier lebten. Ein thailändischer Riese. Das hier ist einer der besten Beweise für Riesen. Er wurde von Archäologen in einer freigelegten Höhle nahe der thailändischen Stadt Krabi entdeckt. Erstaunlicherweise war der Mann nicht das einzige Riesenwesen. Neben ihm fanden die Wissenschaftler die Knochen einer riesigen gehörnten Schlange. Man mutmaßt, der Mann sei vielleicht von der Riesenschlange getötet worden. Manche behaupten, dies sei das Werk eines Künstlers. Aber die Einheimischen halten die Geschichte von dem Riesen und der Schlange für wahr. Und die Knochen für Relikte aus der Zeit der Nagas, mythischen Schlangenwesen. Ewok-ähnliche Trollaffen Touristen wähnten sich in einem Paralleluniversum, als sie auf der Halbinsel Rai Le in der thailändischen Provinz Krabi Ewok-ähnliche Trollaffen trafen, die Musik machten. Es war ein seltsamer Anblick für die verblüfften Kajaktouristen. Doch entgegen dem Anschein befanden sie sich nicht im Star-Wars-Universum. Die affenähnlichen Wesen waren Schauspieler, die bizarre Szenen aufführten. Ein Krokodilbüffel. Als ob Krokodile nicht schon furchterregend genug wären, hat Thailand noch mehr seltsam aussehende Tiere zu bieten. Dies hier ist ein Krokodüffel. Was ist das? Eine Kreuzung zwischen Krokodil und Büffel. Das Tier sieht nach Fake aus, ist aber völlig echt. Es wurde in einem thailändischen Dorf geboren und obwohl seine Mutter eine Büffelkuh war, hatte es eine schuppige Haut und einen krokodilförmigen Schädel. Als wäre es eine Krokodilmischung. Niemand kennt den Grund für diese Anomalie. Eine Paarung von Krokodil und Büffel wäre unmöglich. Traurigerweise starb das Tier kurz nach der Geburt. Ein geheimnisvoller Baum Bilder dieses mysteriösen Baums versetzten das Internet in Aufruhr. Gleich siehst du warum. Das ist eine Frau. Aber keine echte Frau, sondern eine Frucht dieses Baumes. Richtig, dieser seltsame Baum trägt Früchte in Form junger Frauen. Es ist okay, darüber schockiert zu sein. Alle sind das, außer Buddhisten. In der buddhistischen Tradition heißt dieser Baum Narifon. Er soll vom Gott Indra erschaffen worden sein und im mythischen Wald Himafan wachsen. Niemand weiß, wo dieser Wald ist. Das Bild wurde irgendwo in Thailand aufgenommen. Aber man weiß nicht, wo und von wem. Neue Ameisenarten Derzeit gibt es weltweit über 12.000 Ameisenarten. Aber das reicht offenbar nicht. Thailand bringt noch mehr hervor. Das Thailändische Nationale Museum für Wissenschaft gab kürzlich bekannt, dass zwei neue Ameisenarten in Thailand entdeckt wurden. Die Syschia chalatanyaki yaitrong vivatvitaya e yamane 2020 und Syschia reticularis yaitrong vivatvitaya e yamane 2020 genannt wurden. Ja, das sind Namensungetüme. Aber die Ameisen wurden eben nach ihren Entdeckern benannt. Wahrscheinlich wirst du dir diese Namen nicht merken können. Also nenn sie einfach Ameisen. Ein 80 Millionen Jahre alter Dinosaurier Als Archäologen in Thailand 80 Millionen Jahre alte Dinosaurierknochen fanden, war dies eine umwerfende Entdeckung. Die Knochen, die in den Phu-Wiang-Bergen in der Provinz Khon-Khaen im Nordosten Thailands gefunden wurden, stammen aus der Kreidezeit. Der Dinosaurier war schätzungsweise mindestens 6 Meter lang und der Form seines Gebisses zufolge war er ein Fleischfresser. Er wurde vor 30 Jahren entdeckt, aber erst kürzlich konnten Wissenschaftler bestimmen, wann er gelebt hatte. Eine riesige Motte. Anscheinend ist in Thailand alles riesig, auch die Insekten. Dort gibt es die größte Motte der Welt, den Atlas-Spinner, benannt nach dem Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie, der so stark war, dass er den Himmel trug. Und angesichts seiner Größe passt der Name. Diese prächtigen Falter können eine Flügelspannweite von bis zu 30 Zentimetern haben. Kaum zu glauben, dass sie nicht bekannter sind, da sie doch so groß sind. Ein verlassener Bergtempel 2019 wurde in der thailändischen Provinz Nakhon Sittamarath ein verlassener Bergtempel entdeckt. Die wunderschöne Anlage wurde direkt in den Stein gebaut und ist tausende von Jahren alt. Im Inneren fanden die Archäologen zahlreiche Relikte, darunter einen phallusförmigen Stein. Obwohl nur etwa 5% des Tempels erforscht sind, glauben Wissenschaftler, dass er aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert stammt, derselben Zeit wie die KOK-Anlage einer der ältesten Hindu-Tempel im Süden Thailands. Ein seltener Tiger. Thailand beherbergt mehrere exotische Tierarten, einige im Überfluss, andere mit wenigen Exemplaren. Die Tigerpopulation in Thailand befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Dieses Video löste im Juli 2020 in Thailand einen Schock aus. Der indochinesische Tiger ist die seltenste Tigerart der Welt. Nach Angaben des World Wildlife Fund gibt es nur noch 350 Exemplare, davon etwa 100 in Thailand. Die letzte Sichtung war 2015. Man kann sich also die Aufregung vorstellen, als auf Videos und Fotos drei nachts umherstreifende Exemplare auftauchten, die direkt in eine Kamerafalle starten. Eine seltene, orangefarbene Perle. Glaubst du an Märchen? Dieser thailändische Fischer erlebte eins, als er am Strand eine seltene, orangefarbene Meloperle fand. Der 37-jährige Hatschai Niumdächda sammelte mit seiner Familie in der Provinz Nakhonsitamarath Muscheln, als sie diesen Fund machten. Als sie die Perle begutachten ließen, war sie über 270.000 Euro wert. Eine Perle in einer Muschel findet man schon selten, aber auf eine außergewöhnliche, orangefarbene Perle zu stoßen, die so viel wert ist, war wie ein Lottogewinn. Eine steinerne Schlange. Diese Höhle ist aus einem seltsamen Grund eine große Attraktion. Es sieht aus, als hätte sich das Reptil in Stein verwandelt und verharre so seit Tausenden von Jahren. Der Schlangenbauch hat sogar perfekt geformte Schuppen. Die Realität ist weniger mystisch. Die Schuppen entstanden durch Sonneneinstrahlung auf zerklüftetes Gestein über 100 Jahre. Obwohl Wissenschaftler die Entstehung der Höhle perfekt erklären, glauben die Einheimischen, dass sie ein Relikt der mythischen Wesen vergangener Zeiten ist. Eine Art Meerjungfrau. Dieses Bildmaterial tauchte anonym im Internet auf und sorgte für Kontroversen. Es zeigt ein seltsames Wesen, das kürzlich in Thailand von einem Fischer aus dem Wasser gezogen wurde. Es ist offenbar eine Meerjungfrau. Zumindest hätte ich es so genannt, aber es sieht nicht aus wie eine typische Meerjungfrau. Statt eines Menschenkopfes und eines Fischkörpers hat dieses Wesen einen Fischkopf, menschenähnliche Lippen und hervorstehende blaue Augen. Leider starb es, bevor der Fischer es ans Ufer bringen konnte. Angeblich tauchte dann die thailändische Polizei auf und nahm das Wesen auf Nimmerwiedersehen mit. Was glaubst du, was das für ein Geschöpf war? Teile es uns im Kommentarbereich mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sendung wurde vom Schöpf-Kirr Die Sendung wurde vom Schöpf-Kirr Die Sendung wurde vom Schöpf-Kirr untertitelt.